so heute ist der 13 juli und wie ihr seht ihr zeigt temperatur 19,8 grad und tatsächlich haben wir draußen auch 19,8 grad aber wenn die sonne drauf scheint dann sind die temperaturen exponentiell nach oben gestern zum beispiel habe ich mir aufgeschrieben jede eine minute mir war langweilig mir konnte mich nicht bewegen aber egal wir hatten hier temperaturen 17 uhr 28 plus 37,8 grad das höchste war dann wann war das 18 uhr 19 39,3 grad da haben wir irgendwo 39,6 wo ist das 36 hier 39,6 grad solange die sonne drauf scheint die temperatur viel zu hoch dann wird es dunkel irgendwann man sieht ja 20 19 schon 31 grad und dann merkt man peu a peu die temperaturen gehen weiter zurück weil die sonne nicht mehr scheint 21 24,3 grad und am ende um 22 uhr 23,7 grad und lauter app hatten wir 1022 dann nähert sich an dem an der temperatur und wir hatten dann lauter app 28 grad und draußen waren 39,6 gemeldet und dann auf einmal merkt man wenn die sonne weg geht ist die temperatur kurve wieder normal das ist dasselbe mit jetzt jetzt haben wir draußen mal sehen ob man das sieht 19,8 grad wird sobald die sonne draußen scheint dann geht es exponentiell nach oben dann wenn wir dann oben 20 25 grad haben dann zeigt der 35 34 ok das war's mit dem hotspot